Bleibt zu Hause. Eine Kooperation mit der Musikschule Borken. Hallo, ich bin Mia Gandelfurt. Ich spiele seit anderthalb Jahren Querflöte bei Frau Lohmann und ich spiele jetzt alle Füge sind schon da. Bleibt gesund. Tschüss. Wenn auch ihr ein Instrument spielen oder singen könnt, dann sendet uns doch ein Video von euch an online-at-borgener-zeitung.de Wir freuen uns auf viele tolle Einsendungen von euch. Bis zum nächsten Mal.